Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Jungfrau Zeitung Panorama. Wir haben heute folgende Beiträge für eure Sendung. Jahrbücher für Schulklasse, Schule auf dem Bauernhof. Ein Unternehmen aus Interlaken, das Jahrbücher für Schulklasse herstellt. Das Jahrbuch ist eine Tradition, die es schon in mehreren europäischen Ländern gibt, hier aber in der Schweiz jedoch immer noch ein wenig unbekannt ist. Sie scheint jedoch aber sehr gut Anklang zu finden. Ihr habt jetzt ein Unternehmen gegründet, das Jahrbücher für Abschlussklassen macht. Wieso habt ihr das Unternehmen gegründet? Ja, also es ist mir so eine lustige Geschichte. Ich habe selber den Gimer hier in Thun gemacht. Und als ich mein Studium in Deutschland angefangen habe, habe ich bei den Studenten gesehen, dass sie das alle gemacht haben, als sie den Gimer abgeschlossen haben. Und ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich bin ein bisschen eifersüchtig geworden, dass ich das eben dann nicht hatte. Und da habe ich mir gedacht, ja, das kann doch nicht sein, da muss man etwas ändern, dass wir das auch in die Schweiz bringen und den Schülern auch möglichen, die Erinnerung mitzunehmen an ihre Schulzeit. Was beinhaltet so ein Jahrbuch alles? Also grundsätzlich können die Schüler mit den Lehrern zusammen die Inhalte selber bestimmen. Aber was mir halt so empfehlen, ist halt grundsätzlich einfach mal einen Lehrer-Steckbrief, Schüler-Steckbriefen. Dort können die Schüler sich gegenseitig Kommentare schreiben. Und dann habe ich Seiten für Bilder von Klassenreisen, Schule-Events, auch eine Seite mit einem Ranking, wo du halt abstimmen kannst, wer ist zum Beispiel die grösste Labertaste gewesen im Unterricht oder wer verlassen als erstes Land. Und dann einfach am Schluss haben wir auch noch ganz viele Seiten, um sich gegenseitig persönliche, ein bisschen privatere Kommentare reinzuschreiben. Das sind eigentlich so die Inhalte, aber eben das geistet Limit, so gesehen. Wieso findet ihr es wichtig, dass Jahrbücher gemacht werden? Also zum einen ist natürlich so ein Jahrbuch eine mega schöne Möglichkeit, um in Zukunft noch mal ein bisschen in Nostalgie zu schweben und die ganzen Erinnerungen noch mal Revue zu passieren. Aber zum anderen sehe ich dann auch gute Möglichkeiten, um den Klassenzammenhalt über die Schulzeit hinaus zu stärken. Also vielleicht so in fünf bis zehn Jahren oder so, schaue ich mir das Buch noch mal an, denke an die Leute und bei so einer Art, der hätte doch dann da sollen werden. Wie ist das eigentlich gekommen? Vielleicht auch so für ein Klassenzammentreffen, könnte das natürlich auch guter Gesprächsstoff sein. Was erhofft ihr in Zukunft für uns Unternehmen? Also ich sehe unsere Rolle da so ein bisschen als der Anstossimpuls, um das halt in die Schweiz einzuführen, so ein bisschen publik zu machen, dass die Möglichkeit besteht und natürlich auch euch eine Hilfestellung zu geben. Und mein Wunsch ist so ein bisschen, dass in fünf bis zehn Jahren das eigentlich wie etabliert ist, dass jede Klasse so eine Erinnerung mitnimmt, wenn sie die Schule abschließt. Wir bleiben gerade bei Schule. Seit 30 Jahren gibt es das Angebot Schule auf dem Bauernhof, oder abgekürzt Schub. Der Kanton Bern gemeinsam mit dem Berner Bauernverband ermöglicht es da, verschiedene Kinder können das Leben von einem Bauernhof nachempfinden. Dort dabei ist es auch angesagt, wenn man mal zünftig anpackt. Weiters erfahren wir jetzt. Es ist ganz etwas Wesentliches und etwas Wertvolles. Wenn Kinder in der Schule etwas lehren und auswendig lehren und vermittelt überkommen, dann ist das wichtig. Das ist wichtig für ihren Wissensspeicher. Wenn sie aber etwas erleben und das auch noch als Klasse gemeinsam erleben und nachher noch weiter daran arbeiten in der Schule, dann bleibt es eben noch viel stärker. Dann bleibt es nicht nur im Wissensspeicher, sondern es wird verinnerlicht und man kann es mitnehmen in die persönliche Entwicklung. Ich glaube, das ist wichtig für Schülerinnen und Schüler, so etwas gemeinsam können zu erleben, Sei es jetzt eben auf dem Bauernhof, wie heute hier mit Schub oder manchmal auch in einem Museum, in einem Wald usw. Das sind die ausserschulischen Lernorte, die wir sehr wichtig finden und sehr wertvoll finden für unsere Schülerinnen und Schüler. Es ist wahnsinnig schön für die Kinder, weil sie hier auf dem Bauernhof einbunden werden und können Arbeiten machen, die ihnen zeigen, woher das Produkt, wo sie eisig kommen. Sie haben wahnsinnig den Plausch, weil es extrem vielfältig ist. Einerseits Tiere, aber auch Pflanzen und sie können mit ganz vielen Sachen etwas machen, etwas tun. Ich finde es eben auch toll, dass es nicht immer eine Pädagogin oder eine Pädagogin ist, die mit diesen Kindern spricht, sondern wirklich jemanden, der sich nicht eine Riesenmühe gibt, immer die perfekten Worte zu finden, sondern einfach frisch vor der Leber weg auch mal spricht. Ich finde das auch sehr wertvoll und sie hören einem Bauern, der Bäuerin immer ganz gespannt zu. Da wünscht ich mir manchmal, dass das im Klassenzimmer immer auch so wäre. Ich denke, die Regelmässigkeit und dass es mehrmals ist und dass es auch saisonal verschieden ist. Also Kinder dürfen bei uns unter dem Jahr mehrere Mal gehen und erleben sie auch Költe mal und was da möglich ist oder was da die Arbeit ist im Winter. Sie sehen über das Jahr durch, wie ein Korn wächst, wo sie selber gepflanzt haben. Das denke ich mich ganz wichtig an. Das wäre es gewesen mit der heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Infos zu den verschiedenen Beiträgen findet ihr online unter www.jungfrau-zeitung.ch und jetzt geht es noch weiter mit dem Wetter von den Kollegen von Meteo News. Und da wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Hier ist Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern an dem 21. Februar, meine Damen und Herren, wo auch heute viel Sonne und fast schon frühlingshafte Temperaturen gebracht hat. Man sieht da, man muss schon recht weit raufgehen mittlerweile, damit man noch geschlossene Schneedecke hat. In den letzten Tagen die milden Temperaturen haben wir dem Schnee also zugesetzt in der Höhe und die Schneedecke ist ja generell für die Jahreszeit eher dünn und unterdurchschnittlich. Heute hatten wir noch das Hochdruckgebiet hier über dem Alperaum, wo das Wetter bestimmen war. In den nächsten Tagen reicht uns jetzt ein bisschen feuchtere Luft. Darum wird es dann auch ein bisschen wechselhafter zu- und hergehen. Nach einer teilweise klaren Nacht haben wir morgen, Mittag, Vormittag zum Teil noch sonnige Verhältnisse, aber in Kombination auch mit ein paar Wolken oder lokalen Nebelschwaden hier im Flachland. Temperaturen morgen und morgen verbreitet knapp über dem Gefrierpunkt. Am Nachmittag geht es ebenfalls weiter mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken, wobei die Wolken dann schon zunehmen und auch dichter werden und das kann dann gegen Abend speziell da entlang von den Bergen einen ersten Regenguss geben. Die Temperaturen mit einem schwachen Südwestwind bei etwa 12 bis 13 Grad nachher vor also ziemlich mild für im Februar. In den nächsten Tagen geht es aber dann ein wenig abwärts mit den Temperaturen speziell am Wochenende wird es kälter. Am Donnerstag und Freitag veränderlich gelegentlich auch ein wenig Niederschläge speziell am Freitagabend und in der Nacht auf den Samstag wird es entlang von den Bergen nass werden. Da sinkt dann auch die Schneefallgrenze in der Nacht auf den Samstag unter 1000 Meter runter. An diesen beiden Tagen haben wir noch um die 10 Grad und dann geht es wie gesagt zurück mit diesen Temperaturen am Wochenende und Anfang der Woche wird es noch einmal deutlich kälter. Bisse kommt dann mit ins Spiel es ist aber meistens trocken und zum Teil auch sonnig. Das sind meine Jungfrau Zeitungswetter Danke fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen zischt die Gabig.